Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zurück bei Let's Play PS. Gladbach gegen Bremen, Bremen gegen Gladbach. Ich spiel mit Gladbach, Freddy mit Bremen und dann wird jetzt die nächste Klatschehage. Wer das erste Tor schießt, gewinnt. Ja, noch führe ich ja 3-2, aber. Was? Ja, dann hast du 3-0 gewonnen durch zwei geschenkte Kacken. Ja, ist klar. Und die beiden waren nicht geschenkt. Nee, natürlich nicht. Wenn sie sich verarschen, das eine war ein Torwart, wo der Torwart dir den Ball in die Füße geworfen hat. Und bei dem zweiten hast du den Ball halt mehr oder weniger. Lauf doch der andere. Warum läuft nicht der andere rein? Lauf doch der andere. Und beim anderen hast du den noch mehr oder weniger reingestocher, wo du selber noch gegrinst hast. Ja, aber das waren immer nicht so Geschenke, wie der Torwart da direkt. Ja, doch. Nein! Ja, das ist halt deine Logik. Deine Tore sind immer wunderschön und super rausgespielt. Und die Tore der anderen sind immer gelackt. Oh, ein Schuss. Mucho Angst. Ja. Das kommt dann aber rum, wenn man schön herausspielt. Ja. Ja. Ja, es ist super, ey. Es ist einfach, es ist einfach geil. Mit Bremen zu spielen hierbei ist echt super, ey. Macht echt mit Bremen hier zu spielen mal wunderbar, wunderbar Spaß. Die spielen wirklich, die spielen einfach wie aus einem Guss, wie in echt. Und hier kannst du schießen bis hinten gegen, ey. Da passt alles einfach. Ja, wunderbar Bremen, wunderbar. Geil, geile Mannschaft, ey. Wie in echt. Sie schießen ein Tor nach dem anderen. Ja, da fallen wir wieder schon auf. Na ja, drei, zwei Schüssen. Ja, ich... Wobei, liegt ja jetzt zurück. Jetzt ist das ja eh egal. Ach, Leute. Alter, mein Gegner ist so schlecht und ich kriege nichts hin. Ja, genau auf den. Ja, es geht sogar noch, geht sogar noch vorteil. Und freist du aus, ey. So eine Quote hatst du ja noch nie, ey. Was denn? Du hast ja sogar schon zwei Schüsse und ein Tor. Normalerweise hast du ja immer so viele Torschüsse, wie du das auch hast. Ich habe auch erst drei Torschüsse. Ich bin mal bloß nicht zu einem, der frei ist. Könnte ja was passieren. Ja, wunderbar. Du sind immer noch in der Hackfresse. Macht echt Spaß. Wenn man vorne die Dinger nicht reinmacht, dann kriegt man bei jedem... Drückt doch auf stark. Ja, ich bin auch dabei. Bei jedem Schuss, wir laufen dann wieder raus und kriegen es nicht geschissen, ey. Also der nächste Schuss wird wahrscheinlich... Der nächste Schuss wird auch wieder drin sein, natürlich, ist klar. Oh, so einen verliert man da noch, ey. Es ist echt... Oh, Alter, ey. Oh, ich wurde schon erlöst, ein Glück. Ein Glück, ey. Drei Schüsse. Oh, drei Schüsse, zwei Tore oder die Quote, stimmt bei ihm, ja? Passt doch. Na, nicht ganz. Ein Schuss zu viel. Ja, genau. Keine Intervention. Ja, Hauptsache sich bei Freiburg und Bayern beschweren dann. Ihr habt da schlecht dritt die... Ja, so ein bisschen andere Unterschiede. Ne, Freiburg ist hierbei noch besser, soll man bringen. Ja, klar, wir hatten den Winterabdates natürlich, haben doch noch nachgelegt. Haben doch noch welche gekauft. Ja, guck dir das doch mal an, wie der denn jetzt... Ja, ich kann doch überhaupt nichts machen. Der läuft ja überhaupt nicht mehr mit. Ich kann doch so viel laufen drücken. Dann wird man da auch wieder beschissen. Ja, da haben wir hinten noch reingegrätscht, da habe ich noch wieder drei Meter durch verloren. Kimia bräuchte gar nicht erst zu steuern, der läuft erst gar nicht los. Lauf doch, du Fotzkopf, ey. Ja, das ist... Das ist geil, ey. Vor allem jetzt mittlerweile müsste ich ja fast schon... Fast müsste ich ja fast schon führen, ey. Du hast ja in der zweiten Halbzeit noch gar nichts hingekriegt. Ja, nächster Schuss. Ja, gut, wenn ich von dahinten schieße. Kann ich auch. Ja, kann aber auch mal reingehen, ne? Mach ihn doch mal einmal rein, ey. Naja, alles klar. Ich spreche immer noch von deiner verdienten Führung hier mit seinen zwei Schüssen. Uh, ich kriege eine Ecke. Ne, doch nicht. Doch. Naja, alles klar. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich wollte schon sagen. Ah, es wird auch fünf Minuten überlebt hier. Und da rollt die nächste Angriffswelle. Und da rollt die nächste Angriffswelle. Ja, jetzt macht er noch 3 Minuten mit seiner dritten Chance, oder was? Und abgefangen. Ja, vom eigenen Mann, ey. Den gibt's erstmal, ey. Vom eigenen Mann, ey. Vom eigenen Mann, ey. Vom eigenen Mann den Angriff kaputt gemacht. Vielleicht kommt's ja noch mal in den Strafraum rein, ne? Das wäre... Die wissen ja gar nicht mehr, wie der Strafraum aussieht da hinten überhaupt. Na, wieder nicht. Du warst über den Mann, du warst über der Mittellinie. Das ist auch ein Erfolg. Lauf doch, mein Gott, sind die langsam, ey. Ja, wunderbar. Ende.